Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Wenn man eine Sendung wie Menschen aus der Kurpfalz moderiert, dann gehört es zur journalistischen Pflicht, dass man sich ordentlich darauf vorbereitet. Das heißt, stundenlange Surfen geht dem voran im Internet, um vielleicht doch einige Neuigkeiten zu erfahren zu dem jeweiligen Gast. Bei unserem heutigen Gast war das relativ einfach, denn den kenne ich schon, seit er ungefähr so groß war. Also seit fast 30 Jahren. Herzlich willkommen, David Wolf von den Mannheimer Adlern. David, daran wirst du dich nicht mehr erinnern, als ich dich gesehen habe. Ich weiß, ich war mal bei einem Wuppi-Turnier, das sind die kleinsten. Da gab es am Fasching immer ein großes Turnier. Ja, mit Wuppi-Mannschaften aus ganz Deutschland. Da warst damals du in der Mannschaft bei den Kleinen und es war der Sohn von Markus Kuhl, dem damaligen Manager und ich glaube noch ein Dritter dabei. Hast du daran noch Erinnerungen? Also ja, relativ schwer, sage ich mal. Ich sehe es ja jetzt auch an meinen Kindern. Mein Großer ist drei geworden und ich glaube, der weiß schon nicht mehr, was letzte Woche war. Von daher relativ schwer, aber so grobe Erinnerungen habe ich schon noch. Du hast gerade den Dustin angesprochen, von Markus, der Sohnemann. Da weiß ich schon noch, dass wir zusammen Eishockey gespielt haben und zwar viel und nicht nur in der Eishalle, auch in den Häusern von unseren Eltern. Und es waren schöne Erinnerungen, an die man auch gerne zurückblickt. Ja, jetzt hast du gerade deinen Sohn angesprochen. Du bist ja auch der Sohn eines großen Mannheimer Eishockey-Spielers, Manfred Mannix-Wolf, der ja die deutsche Meisterschaft doch 1980 mit Mannheim geholt hat. Du bist in Düsseldorf geboren, weil dein Papa mit der Mama, über die du noch reden kannst, nach Düsseldorf gegangen ist. Genau, leider Gottes. Aber du bist natürlich nichtsdestotrotz ein waschechter Mannheimer. Wie war denn die Beziehung zu Mannix? Du warst ein kleiner Junge, er war viel unterwegs mit Eishockey. Die Wochenende sind quasi weg gewesen. Wo gibt es da noch so lichte Momente an Erinnerungen? Ja gut, wie du sagst, als Sohn eines Eishockey-Spielers bist du nun mal wahrscheinlich eher mehr an die Mama gebunden als an den Papa. Selbst die Zeit, die man zu Hause verbringt während der Saison, ist man trotzdem als Athlet immer irgendwo im Spiel. Und was sind die Aufgaben für die nächsten Tage? Wie sieht der neue Gegner aus? Und im Eishockey-Wolf spielt man ja auch bekanntlich ein bisschen öfter als beim Fußball. Von daher ist es sehr schnelllebig und du bist wirklich neun Monate viel mit dem Kopf auch bei deinem Sport, was es natürlich ein bisschen schwerer macht. Aber klar, das sind Errungen, die man hatte, wenn man mal zum Eishockey-Spiel geht, um seinen Vater anzugucken. Die sind schon geblieben und Gott sei Dank sind die geblieben. Deswegen ist ja auch meine Leidenschaft zu dem Sport gewachsen und darüber bin ich sehr dankbar. Was jetzt gerade noch mal auf die anderen Mitspieler damals von Bubis und dann auch später. Wer außer dir ist denn noch was geworden sportlich? Ja gut, Christopher Fischer haben wir hier, Frank Mauer war damals dabei, Dustin Kuhl war auch kurzzeitig in Schweden. Die Braunbrüder sind beide was geworden. Es sind schon einige Jungs im 88er, 89er, 87er Jahrgang, die tatsächlich es auch ins Profigeschäft geschafft haben. Ja, du hast dann viele Stationen durchlaufen im Mannheimer Eishockey, im Jugendbereich und dann gab es irgendwann eine Situation, ich erinnere mich, ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie es mir gesagt hat. Es hieß nur damals, jetzt wird es langsam gefährlich mit dem David, jetzt trifft er da irgendwo in die falsche Richtung ab. Da war auch, glaube ich, eine kleine Pause vom Eishockey zwischendrin. Was ist damals passiert, David? Gut, meine Eltern haben sich damals getrennt, auch ein paar Jahre zuvor und ich habe damals Fußball und Eishockey, beides gespielt, Fußball damals beim Waldhof unter anderem und meine ganzen Kumpels aus der Nachbarschaft, die haben halt, da hat keiner Eishockey gespielt, die haben halt alle Fußball gespielt und irgendwann habe ich irgendwie satt gehabt, jedes Mal zum Friedrichspark mit der Bahn fahren zu dürfen. Meine Mutter war alleinerziehend zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gesagt, Mutti, ich brauche jetzt gerade, glaube ich, kein Eishockey, das macht mir gerade nicht so viel Spaß wie der Fußball und dann habe ich ein Jahr mich komplett aufs Fußballspielen konzentriert, aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass es mir fehlt und dann bin ich wieder zurück zum guten alten Friedrichspark. Ja, der gute alte Friedrichspark, können wir gleich nochmal drüber unterhalten. Vielleicht wissen das die meisten gar nicht, Sport wie Eishockey muss man im Kindes- und dann auch im Juniorenbereich im Grunde genommen fünfmal die Woche auf dem Eis stehen. Das war bei dir vermutlich nicht anders. Das heißt also auch eine Jugend, die man opfert, die man wahrscheinlich gerne opfert fürs Eishockey. Du auch? Ja, richtig. Also für mich gab es als junger Mensch Sport. Wahrscheinlich auch durch die Trennung meiner Eltern damals hat mich der Sport extrem abgelenkt. Vielleicht habe ich dadurch auch ein bisschen was verdrängt. Man weiß es nicht so genau, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen und es hat mir Spaß gemacht, jedes Mal die Montur anzuziehen und aufs Eis zu gehen oder auf den Rasen zu treten und Fußball zu spielen. Da habe ich mich frei gefühlt und da habe ich das Gefühl, dass ich auch immer eine Führungsrolle gespielt habe, weil ich wahrscheinlich immer einer der Besseren war und ich habe gemerkt einfach, dass Sport meine Zukunft werden soll. Und dann habe ich mich natürlich daran geklammert und da war es mir auch egal, ob ich die Jugend oder das Teenager-Alter verpasse, sage ich mal, um meinen Weg zu gehen. Du hast dann doch wieder angefangen mit Eishockey. Es ging in die 2. Liga zu Krimičau. Irgendwann erfolgte der Wechsel nach Hannover. Der Klub, der damals 2010, es muss man so sagen, sensationell deutscher Meister wurde. Du hattest auch eine Förderlizenz, glaube ich, noch, dass du in der 2. Liga spielen kannst. Wie viele Spiele hast du da bestritten damals dann für Hannover in dem Meisterjahr? Ich habe eigentlich alle Spiele bestritten bis auf drei. Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Es war der Hans Sach, der Alpen Vulkan, war mein Trainer. Ich habe damals in Krimičau gespielt, wie du es angesprochen hattest, und habe im Pokal gegen Hannover gespielt. Damals gab es noch der Pokal. Und einen Tag später hat der Hans mich angerufen und gesagt, du Bursch, mir gefallen, wie du da gespielt hast gegen uns. Du bist da harter Buhr. Ich mag dich nächstes Jahr in Hannover haben. Gut, schön, das wäre noch mal was. Und eine Woche darauf habe ich tatsächlich dann meinen DEL-Vertrag unterschrieben in Hannover und bin dann dahin nach dem Sommer, ganz normal, und habe da das Camp mitgemacht. Und die Jungs haben mich eigentlich eingeplant, in Bremerhaven zu spielen damals, also im Farmteam in der 2. Liga erst mal. Aber konnte mich dann nach den sechs Wochen Vorbereitung durchsetzen und habe dann auch eine super Reihe gehabt damals. Ben Goudreau hieß der, das war ein junger Deutschkanadier, und dem Tino Boos als mein Center. Ein alter, erfahrener deutscher Spieler. Und wir haben ihn damals in der dritten Reihe gespielt. Ich habe meine 5 gegen 5 Wechsel bekommen und durfte hier und da mal auch beim Penalty Kill reinschnuppern und habe direkt eine relativ große Rolle gespielt. Aber darauf zurück, wie viele Spiele ich dann auch in der 2. Liga gemacht habe, es waren tatsächlich drei. Das werde ich niemals vergessen, weil wir am dritten Spieltag, ich wurde gerade 20 Jahre alt, am dritten Spieltag, haben wir in Mannheim gespielt. Also mein erstes Profispiel gegen meinen Heimatklub quasi. Und ich habe damals das 5-4 Game-Winning-Goal geschossen im dritten Drittel. Und am Montag war in Hannover eine sehr gute Zeit, um feiern zu gehen. Und ich hatte gleichzeitig noch Geburtstag von Sonntag auf Montag. Und dann sind wir raus mit den Jungs, haben jede Menge Spaß gehabt. Und ich habe am nächsten Tag tatsächlich das Training verschlafen beim Alpenvulkan. Das kam nicht gut an. Das kam überhaupt nicht gut an. Ich habe eigentlich gedacht, ich packe jetzt meine Sachen und darf wieder nach Mannheim fahren oder am besten nach Grimmitschau, weil hier werde ich keinen Fuß mehr aufs Eis setzen. Bin dann aber in die Kabine, habe auch die Wahrheit gesagt, dass ich einfach zu viel Spaß hatte an dem Abend zu bohren und wahrscheinlich auch das eine oder andere kaltgedrängt zu viel Interesse hatte. Und da hat der Hans mich eine halbe Stunde angeschrien und angespuckt, währenddessen er geredet hat. Und das habe ich dann genommen wie ein Mann. Und dann hat er gesagt, jetzt packst du deine Sachen und gehst nach Bremerhaven. Und das habe ich dann gemacht und habe dann zwei oder drei Spiele in Bremerhaven spielen müssen. Dann hat er mich wieder hochgeholt und gesagt, so, jetzt hast du deine Lektion gelernt und jetzt hörst du auch mit so einem Scheiß. Und dann war ich auch oben in der DRL. Also als er in Mannheim dann wieder Trainer wurde, zwischenzeitlich für einige Monate, da habe ich auch so meine Erlebnisse mit Hans Sack gehabt. Also der hat mich auch mal nach einer Berichterstattung, die ihm nicht gefallen hat, zur Seite genommen. Da wurde es auch dann sehr, sehr laut. Aber gut, das ist eine andere Story. Du bist der Gast. Ich bin nicht der Gast. Wenn ich so ein bisschen weiterschreibe, es war diese sensationelle Meisterschaft, dann kam Hamburg und dann kam das, was ja alle Eishockey-Spieler sich für ihre Karriere wünschen. Es besteht die Chance, in Nordamerika zu spielen, in der NHL. Du bist nach Calgary, hast einen Vertrag unterschrieben, hast größtenteils, wer es nicht versteht, im Farmteam in der zweiten Mannschaft gespielt. Hast dennoch, glaube ich, vier Spiele bestritten, sogar einmal in den Playoffs ein Spiel für die Flames bestritten. Warum waren das so wenige Spiele? Waren die Flames so gut damals, Calgary, dass man dich selten hochgeholt hat? Es war tatsächlich so. Also ich hatte mehrere Angebote aus Nordamerika nach dem Jahr in Hamburg und ich habe mich damals für Calgary entschieden, weil sie eben im Vorjahr relativ schlecht aufgestellt waren und dachte mir, okay, das sind meine Chancen am höchsten irgendwie in die NHL reinzurutschen. Und die haben aber relativ gute Trades gemacht in dem Sommer, nachdem ich aber erst unterschrieben habe. Und dann, klar, auf dem Blatt wusste ich dann, okay, es wird schwerer. Und dadurch, dass ich eben auch nicht getraftet worden bin, weiß ich, die Deutschen in der Kamera, weiß nicht, wer dazu guckt, aber der Draft ist so ein bisschen komplexer da drüben. Das muss man sich mal reinlegen. Aber als Free Agent ist es natürlich sehr schwer, sich durchzusetzen, weil die erst mal die Draftpicks vorziehen, weil die auch Geld investieren in die. Aber ich bin dennoch sehr froh, dass ich mich damals, im Januar war das, durchsetzen konnte. Ich habe eine sehr gute Saison in der AHL gespielt, wurde auch Topscorer da und wurde dann im Januar hochgezogen und war dann, glaube ich, drei Wochen oben, bevor ich mein erstes Spiel gespielt habe. Und ja, bin trotzdem sehr stolz, da einige Einsätze in der besten Liga der Welt gehabt zu haben. Aber du hattest am Ende des Jahres ja nochmal einen Vertragsangeboten. Das heißt, mit anderen Worten, du hast von dir aus entschieden, das große Abenteuer, das große Ziel meiner sportlichen Karriere und das ist das Größte, was ein Eishockey-Spieler erreichen kann, lasse ich fallen und gehe zurück nach Deutschland. Warum? Ja, ich glaube, weil ich sehr heimatverbunden auch bin und ich liebe Deutschland. Ich liebe die Mentalität der Deutschen, auch wenn das sehr umstritten ist hier und da. Aber ich habe auch meine Familie vermisst und für mich war es immer auch im Hinterkopf, dass ich irgendwann noch in Mannheim angreifen will und auch mehrere Jahre in Mannheim spielen möchte. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt hast du vielleicht nochmal die Chance rüber zu gehen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre oder du gehst halt nochmal zurück und versuchst dein Ziel in Mannheim Meisterschaften einzusammeln. Auch nochmal. Und es stand halt einfach auf meiner To-Do-Liste und ich wollte unbedingt nach Mannheim und musste dann aber zwischenweise nochmal ein Jahr nach Hamburg zurück, weil die mich da nicht so einfach aus dem Vertrag gelassen haben. Und bin dann aber im darauffolgenden Jahr dann nach Mannheim gekommen. Und es war einer meiner Kriegsziele und ich bereue auch nichts in meinem Leben. Ich glaube, ich bin ganz gut gefahren bisher. Ja, da schließt sich dann letztendlich der Kreis. Viele Jahre, nachdem ich, was ich beschrieben habe, der Wuppi, kommst dann endlich nach Mannheim, hast natürlich einen Monstervertrag gekriegt mit sieben Jahren. Du warst zu der Zeit zwischendurch ein, ich muss jetzt nach den Worten suchen, dass du mir nicht böse bist, aber du warst zwischendrin einer, der gerne Schläge verteilt hat. Ja gut, was heißt gerne? Das ist ein Teil von meinem Beruf. Im ISVG ist eben der Faustkampf noch legal, sag ich mal. Und es war ein Teil von meinem Spiel, das mich zu meinem Ziel Nordamerika gebracht hat. Also ich glaube, rein durch meine Torqualitäten oder durch mein betontes Körperspiel oder durch meine Präsenz auf dem Eis, durch mein Spielverständnis, hätte ich es nicht rüber geschafft. Ich glaube, das, was mich rübergebracht hat, ist, dass ich in jedem Bereich okay bin, würde ich mal sagen. Und da gehört halt auch der Fighting-Bereich mit dazu. Und klar, in jungen Jahren machst du natürlich alles, um deine Ziele zu verfolgen. Und ich wusste, dass das ein Teil von meinem Spiel ist. Und das hat mich auch besser gemacht, dass eben auch viele Leute Respekt vor mir hatten auf dem Eis und gar nicht mit mir in Zweikampf wollten. Von daher war das ein Teil, um meine Ziele zu erreichen. Und nachdem ich mein Ziel erreicht habe, wusste ich aber natürlich auch, dass in Europa man das nicht so benötigt wie in Nordamerika. Und dementsprechend auch über die Jahre in Ruhe geworden. Ja, das bist du zweifelsohne. Aber ich kann mich auch erinnern, dass du natürlich in jedem Stadion der Buhmann warst. Das ist ja klar. Wenn der Wolf auf dem mich, das motiviert mich eher noch. Ja, es ist relativ schwer, sage ich mal, was die deutschen Journalisten betrifft, würde ich eher sagen. Die haben mir das Leben schwerer gemacht, als es eigentlich war. Weil ich glaube, das hättest du auch in eine andere Richtung damals drehen können. Nicht jeder Spielertyp ist gleich. Und ich war und bin immer schon ein Mensch gewesen auf dem Eis und vom Eis, der polarisiert hat. Und ich glaube, gerade eine Randsportart wie dem Eisüge bringt es eigentlich sehr viel, weil so viele bekannte Gesichter hat man nicht im Sport. Und ich glaube aber, dass der Journalismus da auch einiges oder viel meinen Namen in den Dreck gezogen hat zur damaligen Zeit, dass ich hoffentlich bisher wieder reinwaschen konnte. Aber klar, man beschäftigt sich damit, gerade in jungen Jahren. Mittlerweile bin ich ein bisschen abgehärterter und lasse nicht mehr so viel an mich ran. Jetzt bist du ein bisschen ruhiger geworden. Das darf man so bestätigen. Du hast gesagt, dein Ziel war es, nach Mannheim zu gehen, um einige Titel einzusammeln. Das hast du gerade gesagt. Jetzt bist du dann doch schon ein paar Jahre da, hast du aber bisher nur einen eingesammelt. Eine Meisterschaft zu gewinnen, das weiß jeder. Das ist egal, in welcher Sportart. Das ist so verdammt schwer. Aber diese Meisterschaft, ich kann mich genau an die Szenen erinnern, wie du auf dem Eis rumgerannt bist, völlig enthemmt, völlig verrückt. Diese eine Meisterschaft für seine Heimatstadt zu erringen, ist wahrscheinlich mehr wert als zehn für einen anderen Klub, oder? Ja, absolut. Also die erste Meisterschaft war natürlich auch sehr schön, die ich da in Hannover gehabt habe. Eine ganz andere Meisterschaft. Aber für mich war es halt einfach, wie ich schon gesagt habe vorhin, ein Ziel in meinem Kopf, mit Mannheim Meister zu werden. Und es war vielleicht auch so ein bisschen, dass innerlich mir selbst sehr viel Druck aufgebaut habe, um das Ziel zu erreichen. Und dann in so einem Rekordjahr, das wir gespielt haben, haben wir so wenig wie noch nie zuvor verloren in dieser Liga. Und es war einfach ein unglaublich verrücktes Jahr, mit auch vielen Höhen und Tiefen. Aber am Ende vom Tag den Pokal hochzuheben, in Mannheim zu gewinnen, wo deine Familie alle im Stadion präsent sind, das war schon was sehr Besonderes für mich. Und da gucke ich gern drauf zurück. Ja, ich weiß, die Mama war da, der Papa war sogar angereist, die Schwester war sowieso da und alle waren auf dem Eis nach dem Spiel. Alle waren da, ja. Geiler Moment, Fragezeichen. Ja, absolut. Besser geht nicht. Vielleicht jetzt, meine Kinder kriegen vielleicht ein bisschen was mit mittlerweile. Ja. Von daher würde ich gern nochmal einen Hitlein sammeln, um, um das, äh, die vielleicht die ein oder andere Erinnerung auch noch, äh, beibehalten können. Ja, entschuldige David, aber das wird gerade so cool. Ja. Ja, mach schon, Moment. Hey, Alter, ich hab's miterlebt, wie du abgegangen bist auf Eis. Ja. Ja. Öffne dein Herz für mich. Ja, es ist, ja, es ist, es ist schwer, sowas zu beschreiben. Also, sowas, so Erfolge, das ist auch mit der Silbermedaille, ja, das sind, das sind Erfolge, da arbeite ich, das ist mein, das ist mein Job, da arbeite ich, äh, jahrelang entgegen und, äh, so neun Monate Saison, da vergeht so viel Fleiß und Schweiß und, äh, wirklich Höhen und Tiefen, du verlierst ein Spiel, ähm, es gibt Verletzungen in der Mannschaft, wo du dir Gedanken drum machst und, äh, äh, dann werden sie doch, wieder fit, dann brauchst du ein bisschen Rhythmus, es gibt so viele Höhen und Tiefen in dem Jahr und wenn du am Ende vom Tag das Ding gewinnst, dann ist das, man kann es nicht beschreiben, also es fällt alles von einem ab und du bist einfach nur noch, wo ist, wo ist das Eichbaum? Ja, genau, genau. Gibt's ja dann viel an dem Abend. Ja, großes Ureich, ja. Ja, ich weiß, wir haben ja dann, ein paar Wochen später durfte ich ja mit dabei sein bei der Produktion zum Meisterfilm, wir waren ganz in der Nähe von deinem Haus im Käferdeler Wald in Mannheim und irgendwann hast du auch versucht zu beschreiben, wie der Moment war und konntest dann nicht mehr weiter. Ja. 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 Weil die Tränen kamen, also so sehr hatte ich das berührt damals. Ja, es ist absolut ein, äh, emotional, 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 einer der emotionalsten Momente, die ich in meinem Leben hatte, mit, mit der Geburt von meinen Söhnen und, ähm, wunderschön. Ja, 2018, du hast es angesprochen, es war lange Zeit ein Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen, das schöner hätte nicht laufen können für Deutschland. Ihr habt das Finale erreicht, unfassbar, sensationell ist, glaube ich, noch ganz gelinde ausgedrückt. Dann liegt ihr vorne und bekommt kurz vor Schluss den Ausgleich. Was passiert mit einem Eishockey-Spieler? Ich weiß nicht, ob, ich glaube, du warst nicht auf dem Eis, als der Ausgleich fiel, du warst auf der Bank. Du siehst das. Was passiert da in dem Moment? Ja, gut, in dem Moment, äh, schluckst du natürlich, äh, weil du sehr nah dran bist, aber dennoch, äh, äh, muss man, ist das Spiel ja geteilt worden. Also, das ist unentschieden. Von daher war noch alles drin und, äh, da ist man schon noch voll im Spiel und versucht das Ding halt wieder, äh, umzudrehen. Ja, dann verliert ihr nach Overtime, was ja so für, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man mit den Sportarten nichts zu tun hat, aber das ist ja krass, das Spiel ist zu Ende. Das ist dieser eine Schuss, der ja dann 2019 euch auch gelungen ist, ein Jahr später bei der Meisterschaft und dann sind die Russen Olympiasieger plötzlich und ich kann mich erinnern, die Trauer ist unendlich. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis es dann zu den Bildern kam, die man ja auch noch in Erinnerung hat, nämlich, dass ihr froh wart, Silber geholt zu haben? Also, tatsächlich habe ich mir diesen Sommer das erste Mal das Spiel angeguckt. Tatsächlich? Das erste Mal das Spiel angeguckt. Ich habe danach, äh, mir gar keine Szenen mehr angeguckt von dem Spiel, ähm, gleich im ersten Moment bist du enttäuscht, du bist sehr nah dran, um, um die Sensation schlechthin, äh, zu erreichen, ähm, aber im zweiten Moment ist man schon dankbar dafür, dass man Geschichte geschrieben hat für das deutsche EISVG und so ein Turnier mitspielen durfte und am Ende vom Tag eine Silbermedaille mit nach Hause bringt. Äh, dennoch, äh, ist es immer so ein Hinterkopf drin und, äh, man wird nach wie vor darüber angesprochen, wenn man neue Leute kennenlernt und dann, äh, du warst doch auch dabei bei der, bei der Silbermedaille und dann, äh, ja, und dann ist der erste Moment immer freundlich und dann, oh, habt ihr fast die Goldene gehabt, ne? Ja, genau. Und da regt man sich jedes Mal aufs Neue, äh, aufs Neue auf, aber am Ende vom Tag ist, ist, ist die Silbermedaille das, äh, was uns keiner mehr wegnehmen kann. Ja. Und ich glaube, da haben wir, ne, 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 ein Riesenteil zu beigetragen, mit dem deutschen EISVG auch in den Vordergrund zu drücken und, äh, darüber bin ich sehr dankbar, dass ich die Reise mitmachen durfte. Wenn man David Wolf vor sich hat, dann hat man auch immer quasi die ganze Familie Wolf. Die Birgit, deine Mutter, auf Mannheimarisch würde man sagen, er ist schlappgosch. Ja, absolut schlappgosch. Absolut schlappgosch. Jeder in Mannheims-Norden kennt die Birgit Wolf. Ja. Deine Schwester, die Caroline, äh, die schon leiser ist als deine Mutter. Aber ihr habt so eine enge Bande, David. Wer das mal miterlebt hat, und ich durfte es ja schon oft miterleben, ist das auch bedingt der Tatsache, dass eben damals die Trennung kam vom Mannix? Oder woher kommt das? Weil ihr seid, ihr seid ein Kopp und ein Arsch. Ja, mit Sicherheit. Also wir haben, wir haben in unserer Kindheit jetzt nicht nur Positives erlebt, ähm, wir sind auch schon durch, äh, wirkliche, äh, oder auf wirkliche Berge gestiegen, um, um da wieder rauszukommen. Und, äh, das schweißt natürlich zusammen. Gerade als, als Geschwister und, äh, als Familie sowieso. Wir haben unheimlich großen Familienzusammenhalt. Also nicht nur, was meine Mutter oder meine Schwestern betrifft, sondern, äh, meine Oma, meine Tanten, meine Cousins. Also wenn bei uns irgendjemand was braucht, ist man füreinander da. Und das versuchen wir auch unseren Kindern weiterzugeben. Und ich glaube, dass Familie das Wichtigste ist am Ende vom Tag. Äh, viele Leute sind um dich herum, wenn man Erfolg hat. Aber wenn man Misserfolg hat, äh, ist am Ende vom Tag nur die Leute da, die es wirklich ernst mit dir nehmen. Und das sind deine Familie. Und das habe ich von, von klein auf oder wir von klein auf immer gesagt bekommen. Und ich glaube, äh, das ist auch ein guter Weg, äh, wie man, wie man seine Kinder erziehen sollte. Die Mama hat das Café Wolfsbau, wo man viele Dinge von dir aus der sportlichen Karriere auch sehen kann in dem Café. Ein tolles Café. Läuft wunderbar. Ist das auch so ein Traum gewesen von der Mama, die ja vorher schon in der Gastro gearbeitet hat? Ja gut, meine Familie kommt ja aus einer gastronomischen Familie, wird immer schon irgendwo Gastronomie. Ähm, ja, ein Traum war es eher von mir. Ich habe immer sehr gerne flaniert und habe mich immer heimisch gefühlt. Wenn ich weg war aus Mannheim in Hamburg, geht mal Mittagessen mit den Jungs, danach gehst du in irgendein schönes Café und probierst halt und machst rum. Aber das Café hat mir immer irgendwie so ein heimisches Gefühl gegeben und irgendwo ein Gefühl des Wohlfühlens. Und, äh, als ich dann nach Mannheim gekommen bin und, äh, ich, äh, das Objekt gesehen habe, äh, hab ich gesagt, du Mutti, warum machen wir das nicht zusammen? Und, äh, war von vornherein klar, klar, machen wir. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt und, äh, haben das dann einfach so gemacht. Und bisher sind wir relativ, äh, dankbar, dass wir das so gemacht haben, weil es wirklich gut läuft und, äh, wird super anerkannt. Und ich glaube, äh, die, die Mama, meine Schwestern, meine Cousinen, meine Cousins, die machen da alle einen super Job und, äh, dass jeder Mann sich wirklich heimisch fühlt. Ja, die, die Mama, die Birgit Hälst zusammen, oder? Das Ganze mit ihrer Schattkursch. Ja, die Mama ist natürlich der Rudelführer, aber... Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da gibt es noch ganz gute Leute rechts und links an dir, ja. Ja, du hast vorhin gesagt, du wolltest immer nach Mannheim zurück. Das heißt ja, Menschen aus der Kurpfalz, diese Sendung. Ähm, wenn du so beschreiben solltest, wie diese Region ist, was sie für dich bedeutet. Was würdest du damit sagen? Ähm, herzlich. Sehr herzliche Region. Ähm, man muss, man muss, glaube ich, mit der Schlappkursch erstmal klarkommen. Aber ich glaube, am Ende vom Tag, äh, die Freundschaften, die man hier schließt, die, äh, ähm, dauern meistens ein Leben lang an. Und, äh, wir sind, äh, wir sind auch eine Stadt, die sich, glaube ich, für nichts zu schade ist, weil wir eben auch eine Arbeiterstadt sind und eine Industrie, die Stadt sind. Und ich glaube, das merkst du in, in, gerade im Clubleben in Mannheim, SV Waldorf Mannheim siehst, die Fans, die Adler Mannheim, die Fans, das sind alles, äh, Arbeiterleute, die wirklich, äh, auch ihren, ihren letzten Cent für, für die Region lassen, um, um, äh, deren Clubs, äh, anfeuern zu können. Und, äh, das, glaube ich, findest du so nicht nochmal in Deutschland. Und deshalb, äh, würde ich, äh, in erster Linie eine, 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 eine herzliche Stadt sagen. Ist euch das bewusst als Profis? Denn das ist ja tatsächlich so. Ich, ich, ich weiß das von vielen Fans. Ja. Ich bin ja nur auch schon ein paar Tage dabei. Ja. Da, da, da sparen alle irgendwie, dass sie diese Dauerkarte kriegen. Ja. Dass wir wieder 7.000 oder 8.000 Dauerkarten haben. Die sparen ihr, ihr letztes Geld zusammen. Ja. Das kann dir natürlich während des Spiels nicht bewusst sein. Aber ist das ein Stück weit in den Köpfen verankert von euch? Zumindest bei den Deutschen, glaube ich. Bei mir definitiv. Und ich glaube, äh, wir versuchen auch, die, die Werte der Stadt immer so ein bisschen, äh, rüber zu vermitteln. An, 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 an die Ausländer auch, die, die bei uns spielen. Die, die bei uns spielen. Die ganzen Deutschkanadier oder die Kanadier. Ähm. Und die Deutschen, die schon länger da sind, wissen natürlich, in was für einer Stadt sie spielen. Äh, aber man versucht ganz klar, das, äh, auch dem einen oder anderen klarzumachen. Klar, äh, nicht alle nehmen es an. Aber für mich ist es schon eine Herzenssache auch, ja. Ja. Deine Frau kommt aus Hamburg. Du hast sie während deiner Hamburger Zeit kennengelernt. Die Annie, jetzt seid ihr ja doch schon ein paar Tage zusammen hier. Wie sehr ist sie zur Kupferhälzerin geworden? Oder ist das Hanseatische immer noch drin in ihr? Ja gut, das Hanseatische, das wird, glaube ich, niemals rausgehen. Äh, äh, die, die, ganz die kühle Person, die es am Anfang war, ja, noch nicht mehr, hab ihr ein bisschen Herz, äh, äh, einpflanzen können. Äh, äh, gute Schlappgrosch mittlerweile auch. Mornemarisch, äh, funktioniert auch ganz gut mittlerweile. Muss sie, weil ansonsten kann sie sich nicht mit meiner Familie, äh, verständigen. Äh, von daher, glaube ich, sehr gut angekommen. Ja, sie hat mir mal erzählt, das erste Treffen mit deiner Mutter, die vielleicht mehrere Sprachen spricht, aber mit Sicherheit kein Hochdeutsch. Wie war das denn, als du Eddie zum Birgit gebracht hast? Ja gut, die Mama hat sich da schon, äh, angestrengt, äh, um verständlich zu reden. Okay. Das Problem war eher, als, äh, als, äh, auf meine Oma getroffen ist. Okay, da war Feierabend, oder? Ja, da war ich der Dolmetscher nebenan, war es auch trotzdem sehr sympathisch und hat schon funktioniert. Also sie hat sich eingelebt. Ja, hat sich eingelebt, definitiv. Du hast ja auch mittlerweile ein Haus gekauft, jetzt ist der Vertrag dieses Jahr zu Ende. Er läuft aus, logischerweise. Ähm, du bist dann 33, ähm, wie viel kommt denn noch? Ja gut, ich bin noch 32. Noch, noch. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, bist du schon 33. Okay, gut. Ähm, ja, ich würde, ich fühle mich gut. Äh, ich glaube, ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei gute Jahre in mir. Mein Ziel war es immer zehn Jahre in Mannheim. Jetzt kommt das siebte. Also ich würde sehr gern nochmal an weitere Jahre anknüpfen. Aber, ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, im Wolfsbau hast du ja schon sozusagen eine Anschlussbetätigung. Ich weiß, du bist, glaube ich, auch im Immobilienbereich ein Stück weit unterwegs, arbeitest da auch daran. Letzte Frage an dich, David. Es ist natürlich klar, die neue Saison steht an. Das Ziel für Mannheim kann und ist immer nur deutscher Meister werden. Planbar ist es überhaupt nicht. In diesem Sport noch weniger als in anderen Sportarten. Aber es gibt ja auch persönliche Ziele, die man für sich hat für eine Saison, die man vielleicht auch schon frühzeitig definiert. Wie sieht das denn bei dir aus? Ja gut, als mannschaftliche Ziele definitiv. Die Meisterschaft für mich persönlich. Ich will ein gutes Jahr spielen. Ich glaube, nach meiner schweren Verletzung vor zwei Jahren habe ich Zeit gebraucht letzte Saison. Aber bin dann zu meiner alten Form Richtung Playoffs gekommen und denke an, da habe ich auch eine ganz ordentliche Playoffs gespielt für Mannheim. Und an der Form würde ich gern anknüpfen für diese Saison, um einfach der Mannschaft bestmöglich helfen zu können und verletzungsfrei zu bleiben, klar. Und, ja, so viel Spaß wie möglich zu haben in meinen letzten zwei, drei Jahren. Dann wünsche ich dir den Spaß. Wünsche dir natürlich logischerweise auch als Mann immer die Deutsche Meisterschaft. Alles Gute und herzlichen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.